Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 22. August 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1234 oder anders gesagt 1234. Was für eine schöne Zahl, um eine neue Woche zu starten. Heute mit den folgenden Themen Revolut, Shazam, TikTok, Android-Apps und Snapchat. Die Themen, die ich hier und heute für euch bereit habe, die kommen aus den letzten paar Tagen. Die letzten beiden Episoden sind ja leider ausgefallen. Deshalb kann es sein, dass das eine oder andere schon einen Tag alt ist oder zwei. Wir starten mit Revolut Junior in den Tag. Revolut Junior ist nicht mehr Revolut Junior, sondern heisst nur noch Revolut. Ein bisschen verwirrend, weil das grosse auch Revolut heisst, aber Revolut Junior war das Kinderkonto von Revolut. Und ist es immer noch einfach neu unter dem Namen Revolut, dafür auch mit einem neuen Brand, neuen Farben, ein bisschen knalliger, ein bisschen buntner, ein bisschen erwachsener. Die Jungen von heute möchten schon älter sein. Und ja, Revolut unter 18 nennt sich das Ganze, um ganz genau zu sein, um sich dann doch eben noch abzugrenzen. Revolut hat selber Zahlen dazu bekannt gegeben. So sind zum Beispiel rund 60'000 Nutzende von über 1,6 Millionen insgesamt aus der DACH-Region, also Schweiz, Deutschland und Österreich. Drei davon habe ich in meiner kleinen Familie, denn unsere Mädels nutzen das, weil es leider bei Neon, Ju und Kaspar und etc. alles sowas nicht gibt. Schweizer Regulatorien unterbinden das leider noch. Was bekommt man damit? Man bekommt ein eigenes Kinderkonto. Die Eltern haben Zugriff darauf, soweit, dass sie sehen, wenn da Geld abfliesst und auch dann gleich interagieren können, wenn da mal was passiert. Die können Konten sperren, wenn die Karten verloren gehen. Aber auch die Kinder können über ihre eigene App reinsehen, was sie ausgegeben haben, wie viel Geld da noch drauf ist und wie sie das Geld dann eben einsetzen möchten. Neu ist auch, dass die Karten individualisiert werden können. Mehr als vorher, man kann ein bisschen drauf rumscribbeln und Bilder hinterlegen. Kann man Bilder hinterlegen? Man kann drauf rumscribbeln. Bilder, das muss ich selber nochmals nachlesen. Doch, man kann Bilder hinterlegen. Auch Emojis lassen sich hinten drauf knallen. Somit kann man da ein bisschen mehr eigene Karte kreieren. Das andere Ding, was da ist, sind die sogenannten Peer-to-Peer-Zahlungen, wie man sie kennt, direkt von einem Konto aufs andere. Also die Eltern können schnell den Kindern Geld überweisen. Man kann monatliches Taschengeld so rüber wachsen lassen. Und ihr habt die Möglichkeit, den Kindern auch Ziele zu geben, die sie dann zu erfüllen haben und wofür sie dann Geld bekommen. 20 Jahre alt ist nun Shazam. Der Dienst, der ganz, ganz früher, ich habe es hier in der Daily oder im News-Podcast von Geek Talk schon mal erzählt, eigentlich als SMS-Dienst gestartet hat. Damals in Grossbritannien, genauer gesagt in England, da konnte man über einen SMS einen Song identifizieren. Was waren das noch für lustige Zeiten? Später, als dann das iPhone gekommen ist, 2007, besser gesagt der App Store auf dem iPhone, 2008 somit eingeschlagen hat, ist das eine der ersten Apps gewesen, die da drin waren. Und das ist natürlich auch prädestiniert für eben genau das. Im 2015 kam dann die Apple Watch App dazu. Im 2018, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, wurde Shazam von Apple übernommen. Und dann wuchs die App noch mehr und ging durch die Decke und wurde für verschiedenste Dinge genutzt. Was ist jetzt neu? Eben, 20 Jahre Shazam. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Apple hat da ein paar Zahlen dazu rausgehauen. 225 Millionen monatliche Nutzer. Es gibt auch eine exklusive Playlist auf Apple Music, der meistgesuchten Titel. Somit gerne in den Shownotes auf daily.geektalk oder im Podcatcher eures Vertrauens, daily.geektalk.ch logischerweise. Da könnt ihr euch direkten Link eben zu der genannten Playliste geben lassen. Neuigkeiten gibt es zu der TikTok-App. Der Sicherheitsforscher Felix Krause, der hat eine beunruhigende Geschichte erzählt. Denn anscheinend können, man muss anders anfangen, wenn man Apps nutzt, kann man ja vielfach entscheiden, möchte ich das in einem externen Browser, in meinem Favoritisierten, öffnen oder im Browser der jeweiligen App. Bei Facebook und Insta etc. gehe ich nie den Weg und nutze dessen eigenen Browser. Ich sage immer, auch wenn das mittlerweile sehr umständlich ist, weil Facebook das ein bisschen versteckt hat, in externen Browsern. Man weiss ja schon seit Längerem, dass die Browser da ein bisschen die Möglichkeit haben, gewisse Dinge mitzunehmen. Zum Beispiel können sie Seiten editieren, sie können Metadaten mitschlucken und so weiter und so fort. Was jetzt aber beunruhigend ist, bei TikTok geht das Ganze noch weiter. Auch die können Seiten modifizieren, Metadaten misslesen. Die können potenziell zumindest sogar auch über sogenannte JavaScript-Code-Initierung Daten mitlesen, die ihr so eintippt. Worst-Case-Szenario, ihr lockt euch da irgendwo ein in diesem Browser von denen und die könnten das auslesen. Das heisst nicht, dass sie es tun, aber sie könnten es. Und wo man was kann, da passiert auch viel. Das wissen wir spätestens seit Facebook, seit Zuckerberg. Somit, ich mag ja diese Kurzdinge, Videogeschichte nach oben und zwusch und weg und kurzweilig, aber irgendwie wird man das immer ungeheuriger. Und meine Mädels, ich streiche ihnen jetzt TikTok. Mir natürlich dann auch, schlussendlich, logischerweise. Aber eben, Dinge, die die Welt nicht braucht, dazu gehören auch Android-Apps, die nicht ganz so sauber sind. Bitdefender, die Sicherheitsexperten von Bitdefender, haben eine neue Liste von Apps rausgegeben, die man nicht unbedingt herunterladen soll und oder, wenn man sie schon heruntergeladen hat, möglichst schnell loswerden soll. Das Problem ist aber, die Dinger werdet ihr nicht so schnell los. Da sind Apps dabei wie Walllight, also ein Wallpaper-Pack mit ganz vielen Wallpapers, die über 100'000 Mal installiert wurden. Big Emoji, das ist ein Art-Filter mit drin, ein Smart-Wifi-App. Da ist ein GPS-Location-Finder mit dabei und so weiter und so fort. Also Apps, die mir auch schon mal untergekommen sind, die ich selber nicht besitze, aber untergekommen sind. Doch was machen diese Apps? Ja, die umgehen die Google-Richtlinien. Das heisst, sie zeigen dann nicht nur Werbung irgendwo unten oder irgendwo dazwischen an, sondern die machen diese Fullscreen-Werbeanzeigen, die man dann auch schlecht umgehen kann, weil da meistens ein X fehlt. Und klickt ihr dann auf die Werbung drauf, geht da nicht die Werbung auf, sondern eine weitere Malware im Hintergrund, die dann dein Smartphone noch mehr korrubieren und oder kaputt machen können. Das perfide an der ganzen Geschichte, weshalb ihr das nicht deinstallieren könnt, ist, ja, die Apps, die benennen sich regelmässig um, die ändern ihre Icons und solche Geschichten. Und das ist natürlich sehr, sehr hässlich. Und deshalb gilt immer, wenn ihr neue Apps runterladet, studiert mal ganz kurz, weshalb ihr die App wirklich braucht. Und gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, um an die Apps zu kommen? Weil das muss nicht sein bei, ja, ich meine Wallpaper, die bekommt ihr auch anders. Dafür braucht ihr nicht unbedingt eine App, finde ich jetzt. Aber eben, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Porzellankiste oder gebrochen ist auch die Snapchat-Selfie-Drohne. Jetzt ist nämlich bekannt geworden, es gibt Nachfolger. Der war geplant, aber der wird nicht kommen. Denn irgendwie verkauft sich dieses Teil nicht so gut. Ivan Spiegel meint zu seinen Mitarbeitern während einer Frage-und-Antwort-Session, dass sie nicht weiter an der Selfie-Drohne weiterentwickeln werden. Ein bisschen schade, aber war auch ein bisschen abzeichnend. Denn die Drohne ist zwar cool und klein, ein bisschen einfach, und auch die Ergebnisse könnten besser sein. Was aber heftig ist, wie ich finde, ist der Preis. Denn die gibt es aber 230 Währungseinheiten. Und das für die eingeschränkte Funktion und die einfache Qualität nicht unbedingt, ja, muss ich halt irgendwie rechnen. Aber ja, alle Themen, die ihr heute mitbekommen habt, sind wie immer bei uns in den Shownotes auf daily.gitok.ch zum Nachlesen anzuklicken oder eben im Podcast Shreues Vertrauens. Wenn ihr gerne weitere Podcast-Episoden mögt, abonniert doch dieses Format. Und oder, ja, kommt täglich auf daily.gitok.ch vorbei. Ich würde mich über Kommentare oder Rückmeldungen freuen. Und natürlich freue ich mich auch auf Bewertungen auf den ganzen Plattformen. So, genügend Erwerbung. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns bald schon wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.